Liebe Teammitglieder, wir feiern heute 10-jähriges unserer Mitarbeiterbefragung. Das heißt, das zehnte Mal fragen wir euch digital, wie ihr euch bei uns fühlt, wie ihr euch miteinander fühlt und was wir verbessern dürfen oder auch nicht. Deshalb würde ich euch ganz, ganz herzlich bitten, daran teilzunehmen, weil wir sind erst bei 50% und nur die Hälfte, das ist ja fast wie bei der Europawahl, die übrigens am Sonntag ist, also auch da bitte wählen gehen. Deshalb bitte, bitte nehmt euch 5 Minuten Zeit, diese Umfrage zu machen. Es dauert auch maximal 5, meistens sogar nur 3, habe ich gehört. Ich habe es wahrscheinlich sogar in 4 geschafft, keine Ahnung. Also bitte nehmt daran teil und zwar jetzt, weil wenn du denkst, du machst das später, das denke ich mich auch immer, später kommt nie. Jetzt machen und mitmachen, dafür danke ich euch ganz herzlich. Tschüss, eure Alexa.